Michelle über Matthias Reim, muss man erwachsen damit umgehen. Michelle zieht mit ihrem Album Flutlicht nicht nur einen Strich unter ihre Schlagerkarriere, sondern auch unter ihre Vergangenheit und Beziehung mit Matthias Reim. Vor wenigen Tagen veröffentlichte Michelle ihr neues Album Flutlicht. Es soll das letzte Album der Sängerin sein, denn nach ihrer großen Tournee 2026 will sich Michelle endgültig aus dem Schlager-Business zurückziehen. Doch das ist nicht der einzige Schlussstrick, den Michelle in ihrem Leben zieht. Auch ihre Vergangenheit will die Sängerin hinter sich lassen und mit einigen Dingen Frieden schließen. Michelle, das sollte das Ziel jeder Familie sein. So wie mit ihrer Beziehung zu Matthias Reim. Die Schlagerstars waren von 1999 bis 2001 ein Paar. Zusammen haben sie Tochter Marie Reim, die in die musikalischen Fußstapfen ihrer Eltern tritt. Obwohl die Beziehung zwischen Michelle und Matthias Reim nicht lange hielt, gibt es kein böses Blut zwischen den Schlagerstars. Im Gegenteil, beide sind gut miteinander befreundet. Das sollte das Ziel jeder Familie sein, die auseinander geht. Dass man sich versteht. Es ist ja nicht nur ein er und ich, es gibt ja auch ein Kind. Ich glaube, den größten Fehler, den Menschen machen, ist, dass man Kinder dafür missbraucht, sich gegeneinander aufzuhetzen und gegeneinander auszuspielen, sagt Michelle im Interview mit dir online. Michelle und Matthias Reim sind noch befreundet. Für Michelle stehe fest, dass sowohl sie selbst als auch Matthias Reim inzwischen erwachsene Menschen seien. Wenn ein Lebensabschnitt zu Ende geht, dann ist er einfach zu Ende. Da muss man erwachsen damit umgehen. Man begegnet sich doch immer wieder. Warum soll man sich dann mit Negativität das Leben schwer machen? Das ist nicht meine Devise, erklärt Michelle. Und nicht nur das, auch ihrer Zukunft scheint die Sängerin positiv entgegenzuschauen. Sie ist glücklich verlobt mit Sänger Erik Philippi, will sich endlich zur Ruhe setzen und ihre Familie sogar noch ein bisschen vergrößern.